Die sind drinnen. Nein, die sind aber gerade so dritt auf dem Server. Vielleicht muss jetzt ein anderer drauf sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich komme in diesen Ladebildschirm, dann geht es direkt weg. Schau mal, das Spiel ist neu oder so. Also er ist jetzt drinnen, jetzt versuch es nochmal. Ich probiere das letzte Mal. Aber wenn ich starte, dann wird das Spiel neu. Das wird nicht gut sein. Nein, ich probiere nicht. Ich verstand mal das Spiel neu. Finde ich. Da ist er drauf oder? Wo war er genau? Wo war der genau? Ja, wir haben aber nur einen Tag frei. Ich muss jetzt mal die Ding. Ich habe mir einen Clanspray gekauft. Oh, ich gangster. Ach, das ist hier. Ah, das ist gut, ne? Ah, ich bin mal. Okay. Ich bin schon auf dem Stopp. Ich bin drauf. Wo schon was vor? Das heißt, der ist doch nur die Bibel auf Ende. Die Bibel. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. "... beside the enemy..." "... next level where the FIVE was activated." "... next level WIX!" "... that is good brain!" "... another buffer." Fragi, Fragi, er ist nett und tolerant, war das nicht ein schönes Glied für dich, Fragi? Mission erfolgreich, Bombe wurde entschärft. Warte, ich kann noch was viel schönere sehen, Anymore, Anymore, ich hab Sperma im Ohr. Dass du da gestorben bist. Letzter WP sein. Letzter WP sein. Hey, safe. Tomahawk, Tomahawk, Tomahawk. Hey, ich hab keine Ahnung was los ist, ich komm hier nicht rein. Ich hab schon mal gestartet. Hey, ich hab dich einfach auf A gammelt. Hast du Wollein? Nein man, aber wenn der nicht auf B ist, wenn der jetzt echt auf A ist, dann bin ich gebastelt. Hey, Deppi, noch nie was geschehen. Guck mal, wo ich geschlau bin. Guck dir rechts an deinem Tisch, bei dir links. Guck mal, ob ich woanders reinkomme. Guck mal, ob ich woanders reinkomme. Guck mal, Puster. Geil. Hey, ich komm auch in andere Games nicht mehr rein. Kein Bock mehr. Ich mach Skill aus. Zu viel Skill für heute? Haha. Wenn er es nicht weitergeht, dann zerliere ich das Spiel. Wir sind bis jetzt 6 Stunden angezeigt. Einfach Puster, ich hab den schon angehittet. Vorsicht! Einatmen, Gofett. Kaiser, Server. Ah, ah. Was red ich mit Server? Hardtruck. Einatmen, Blondet. Gegnerische Bombe wurde aktiviert. Entschärft sie! Start-Maria, blends closely mit dem Maybe to me where I put me here. Was Good Drum, RSD. Weihnachts Shaos. Töer schön, bol uploading here. Der andere hätte schon zweimal getötet sein müssen von mir. Wenn ich schlecht bin. Ein schlechter sniper. Ich schaue. Wir oder wir? loi, ich mach euch zucolored. Was? Deppi, geh wieder an, im Zweifel. Hey, warum ist das Ding da? Simon. Lol. Wo? Eine Komm-Up-Mitte. Warte mal, ob ich eine Mugen-Block habe. Er ist viel geschlagen. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Feind geordnet. Hindert sie daran, die Bombe zu platzieren. Was? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Na, na. Ich bin vor B. Ich bin vor B. Einer safe. Kannst du mal jemanden gegen Simon runterziehen? Wo ist der? Der B macht so, er ist oben bei Sternen. Der B macht so, er ist oben bei Sternen. Simon, ich bin ein falscher. Hä? Ich war schon hier in einem falschen Raum. Was? Ich weiß, ich hab da oben gemacht, mit den ZBs. Keine Ahnung, in Deckung! Ja, weil ich nicht geholfen habe. Ja, seid doch nur zu dritt. Ja, weil ich irgendwie nicht reinkomme. Keine Ahnung. Ja, weil ich irgendwie nicht reinkomme. Loll? Äh, Profi. Der Schnauzer. Was für Schnauzer? Wer redet mit dir? Der hat mit mir gerettet, ne? Ne, ich hab den Gegner gemeint. Dass sich immer direkt alle angesprochen fühlen müssen. Direkt auch. Ja, jetzt komm ich wieder rein. Warte, ich will das mit dem Schott in der Arsch. Ja, dann schlag du dich mit den Hackern darum. Ich hab keinen Bock auf die. Warte. Deppi, nimm einen Geh. Oder? Deppi, nimm einen Geh. Was hat der mit dem, äh, Hacker? Keine Ahnung. Ja, der ist gestorben, der Hack. Weil er nur 2 stand, dann müssen die Hacken. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Ja. Hast du? Wollst du durch, Taxi? Nein. So. Ich probier jetzt, ja, ich probier jetzt wieder rein zu können. Wenn das jetzt nicht geht, ich, ich hab keinen Bock mehr. Also, wir spielen zu 3 und sind 3-4. Mal überlegen. Du bist fast. Keine Ahnung. Ja. Kannst du mal sofort ein Ticket schlafen? Muss er was bringen. Letzter ist der Profi, ist auch Mitte. Kommt, gepusht der Farmers. Und jetzt ne kack Waffe zum Glau? Und das steht ja auch. Nein, nein. Bisschen unerfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Hä? Ich hätt gemeint, hätt uns gut. Nee, ich flieg immer wieder raus. Wir lassen wir offen, ne? Ich bin auf Retake. Schlafen sein. Ich' zuerst ab, ok? Hi, mate! War auf der Servier. um sofort zu schreiben was sag ich mit der rutschen ich glaube sag ich fregie wirft ihm Tomahawk an den Kopf doch kein Headshot ja aber trotzdem Tomahawk erstmal fuck yeah wir müssen einfach gemeinsam rushen jetzt da gibt es doch keine Nade oh der Sniper lol und C ey äh Steppi du hast vorhin noch eine Pistol lass mal abrücken das zerstört das Objekt ja 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 was gibt es auch noch in dem Game nein Frege ich hab auch so den Scope schaltet zieh dich mal zurück zieh dich mal zurück Deppi der ist dann nach vorne gelaufen fuh fuh fregie kipp den fregie steckst du blente 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 mission erfolgreich oder man macht so fregie fregie macht einfach ich will mich immer nicht kill anstatt vor der Nade abzuhauen ha 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 geil das ist so ein zerstört das Objekt blente mach 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 cool wie Deppi redet schief nein war crack mal mach Bombe wurde platziert Oh mein Gott, der kommt vom Schacht. Habt ihr denn gehört, dass er reingesprungen ist? Nein. Oh, guck doch, das ist doch kein Essen. Ich bin voll fast. Es geht. Aber guck dir doch das Level an, du kommst an den Zellen. Das kann, passiert mir auch manchmal aus Glück einfach. Es gibt Leute, die packen das extra und sind die Leute einfach mit Glück. Was? Und noch einer. Das steht da oben. Ich weiß nicht, wo der Typ steht jetzt hin. Da hab ich mich erschreckt, Alter, in der Kampfstelle. Ach genau. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Erstmal auch, komm. Komm mit, der will. Mach sie da hoch. Ach, das ist ein scheiß Scope. Wir müssen wir einschieben. Ok, let's go. Von einer war wieder gepusht. Direkt rechts. Vorsicht. Nichts. Ach man, da lacht ich doch so ein rein, das nicht. Kau mal, ich bin schwarzer. Bombe wurde platziert. Loll, er kommt von hinten, hinter uns. Rechts. Teppi. Vorsicht. Stairs. Jungs, dass es auf unsere Bahnstrengung kommt. Das schaffen wir. Was? Ja, das Problem ist halt, aber ich bin einfach gekritten. Ja, das können wir doch machen, Alter. Wenn wir nicht reinkommen, wird das so schon immer noch scheiße. Rechts. 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 Blendest du? Deppi, blendest. Man sei. Ich bin gerademası. He Charlie? Ich bin großartig. Nein, du versuchst halt immer wieder, ich hab keine Ahnung, ob das das nicht geht. Ich lass mal wieder durch. Ja, ich hab schon so auf den gewartet, Frägg ist im Endeffekt, du kriegst kein Geld am Helfer. Da ist keiner drin. Ich hab keine Ahnung, ob geht hier jemand oder ich bin. Ich hab auch schon zwei Tickets geschiehen. Mein Gott, GF-A, GF-A, einer war selber. GF-A, GF-A, Richtung Mitte. Verletzter hat Lowbar, selber. Komm, würde ich wohl irgendwo sein oder keine Ahnung, wo. Wann noch 4B sein. Ist denkst du, BF-A, Bände. GF-A, 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 GF-A. GF-A, 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 GF-A. GF-A, 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 GF-A. Größte Def für diese Monopolierung. Soll das, oder? Ey, gib mir im Jump, let's start, hopp. Größte Def, der will. Ich hab' mich auch angehört, er hat geblieben. Es gibt doch nicht Labor. Ja, lass uns mal wieder weg, weg töten. Ja, ist der Wien-Line, so. Keine Ahnung, ich komme gar kein Game rein. Ich hab' mich gebrochen. Ja, ich hab' mich damit. Oh, ich hab' mich auch angehört. Oh, ich hab' mich gebrochen. Ich hab' mich gebrochen. Oh. Bei deinem Essen kommt ein Held, der hart afeilt, um dich glärlich zu machen. Was ist B? Was ist B? Es ist ein Essen da, da war. Guckt mal neun ab, dann fliegt mal ab. Hast du neun B? Ja, ich bin doch Zeit. Haben wir. Gehen wir. Und peigen wir. Ja. Gehen wir. Ja, ich bin jetzt da. Hoffentlich geht's nicht mehr. Ja, lass uns mich noch versuchen, weil's nicht geht und wir können jemand anders fragen. Warte ich. Ich muss noch mal reinkommen. Außer, ähm, Matze? Ja. Immer noch kurz den Deals herunter. Ich denke mal auf etwas blauern. Den? Deals. Und der war der Tag zu gehen. Wie ist? Ähm, wir starten jetzt gleich nochmal mit einem 4er CW. Ähm. Was? Kann ich auch CW machen? Ja. Wir müssen halt so, weil Micha hat das Problem, wenn wir starten. Micha kommt irgendwie die ganze Zeit nicht ins Gameran. Wir haben das ganze CW jetzt da.